Also tut mir leid, Freunde, also ich so gerne ich euch mag und ich freue, dass ihr mir helft, aber ich glaube, Blackheart, da lasse ich noch die Finger von. Das ist mir echt zu heftig. So, jetzt machen wir erstmal hier die geringe Gefahr. Ich muss mich abreagieren, sonst dreh ich am Rad. So, Ski-Hulk darf mal rein. Und Iron Fist darf mal rein. Jetzt kloppen wir uns mal so. Und ich habe einen Schwamm schon neben mir liegen, weil mir so verdammt warm ist. Der ist eiskalt. So. Das ist gut. Die hat Domina. Die heißt auch noch Domina. Toll. So, da ging ich schon fast tot. Ey, 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 ey. Das würde ich mir überlegen. Und das tust du. So. So, du gehst schon mal auf den, weil der ist der Nächste, der angreift. Taktisch denken ist ja angesagt. Ich denke jetzt nur noch taktisch. Und der hat noch einen, 20. Oh, das ist doch jetzt fies. Jetzt würde ich auch einfach drauf gehen können. Na, hätt ich mal eine Ruhe. So, und dann machen wir dich platt. Oh, sogar mit dem Overkill abgeschlossen. Ah, schön. Du hattest ja einen Doppelangriff gehabt. Na, bei mir wird eine Ruhe stehen bleiben. So, aber ich würde mich jetzt nicht mit Shihulk anlegen. Wo die jetzt hinhaut, da wächst kein Gras mehr. Ich habe es gesagt. Aber der kann ja nicht hören. Ausweichen. So, ich mache jetzt den Rest. Und haue die jetzt hier weg. So, Streugarn hatte drei. Jetzt haben wir gewonnen. 30, 30, 30. Zack, ein bisschen Kohle. Aber das war schon mal nicht von der Wrecking-Crew. Wie wollt ihr denn hier haben? Noch irgendeinen Helden? Gut. Äh, dann darf Black Cat mal rein. So, was ist das denn für Viecher? Alter, was ist das denn für Viecher? Habe ich gegen meinen eigentlich schon gekämpft? Nö, ne? Black Cat. So. Auspex heißen die Teile. Die sehen mal so richtig brutal gefährlich aus. Also, gefällt mir gar nicht. Äh. Puh. Ach, ich wollte immer noch Angel trainieren. Seht ihr, jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Ah, Black Widow. Hier, du kommst direkt rein. Haben wir noch einen? Haben wir noch einen? Ne. Ah, das wäre Black Cat gewesen. Aber die ist nicht da. Ja, dann darf... Ja, komm, Shiite. Du darfst auch nochmal ran. Frauenpower pur hier. Frauenpower. So. Wer ist das denn hier? Da. Der da oben. Ja, dann kriegt der jetzt auch die erste Ladung. Zack. Zack. Schrecklicher Befehl. Ja. Du bist total schnell. Jetzt wird der auch noch brutal. Ich habe das gelesen. Der wird brutal. So. Der ist unterkühlt. Schwerft der verdammt. Nein. Alter, du bist doch bescheuert. Ohne Scheiß jetzt. Höllenlärm. Ja, mach den Trottel wieder voll. Wofür mache ich denn die ganze Arbeit? Alter, ich hasse diese Dämonen jetzt schon. Autsch. Krieg Gott sei Dank nur ich ab. So. Weg mit dem Teil. Oder jetzt macht es mir wurscht. Jetzt hat er eh keine Chance mehr. Alleine? Gegen uns? No way. Ein Napalm. Ne, ne. Ach, ich wollte doch eigentlich was ganz anderes nehmen. Ach, scheiß jetzt drauf. Schrecklicher Verdammten. Kannst du nicht auf Black Widow machen? Der Nette hat dir nämlich eine geschossen. Aber so machen wir das jetzt. So, weg mit dem Teil. Das dauert hier ewig. Die Gegner sind richtig übel. Also die Spezialoperation 11, die hat es wirklich in sich. Thunderball und Bulldozer. Anscheinend hat sich die Wrecking Crew in Zweierteams aufgespalten, um mich zu suchen. Wir helfen dir, sie loszuwerden. Aber wehe, du hältst dich nicht an die Abmachung. Du bist süß, wenn du versuchst, Leute einzuschüchtern, die dich mit einer Handbewegung umbringen können. Keine Sorge, Süße. Du kannst dich auf mich verlassen. Alter, Alter. Ja, auf jeden Fall ist ja auch die Schwester von unserem Helden hier, den wir gewinnen können dabei. Den Namen habe ich mir noch nicht gemerkt, weil er ist sehr lang. Brauche ich irgendeinen Helden? Ich glaube, Angel, du darfst rein. Kann ich dich denn jetzt trainieren, oder ist das jetzt nicht möglich? Nein, er ist aktiv. Okay, dann warten wir noch. Dann, oh, schon wieder gegen die Teile. Dann kannst du jetzt raus. Nein, kannst du nicht. Du bleibst dran drin. Dann bleibst du drin. Dann machen wir das selbe Spielchen nochmal. Aber diesmal, damit das etwas schneller geht hier. Weil ich komme hier gar nicht vorwärts. Toni, komm mal her. Genau, komm mal mit Sif. Geschwächt. Verletzt. Und damit er dann auch seine schöne Wirkung zeigt, dass verletzt, wirst du auch noch hier bluten. Bonus schlagen. Ausgewichen. Jawohl, hast du gut gemacht, Black Widow. Stolz auf dich, Mädchen. Das war gut. Jetzt wird er natürlich wieder geheilt. Nein, bitte nicht. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das spielt mir jetzt echt in die Karten. So, tschüss. Das geht jetzt Gott sei Dank flott. Du kriegst dann auch noch eine rein. So, du kriegst diesen Tritt ab. Dann unterkühle ich dich noch. Und die Rüstung ist geschmolzen. Oh, herrlich. Oh, ja. Da darfst du auch ruhig nochmal angreifen. Und du kriegst eins auf die Schnauze. Glaub's mir. Ich hab's dir gesagt. Und wie du eins auf die Schnauze kriegst, aber du willst ja nicht hören. Aber wer nicht hören will, muss fühlen. So, ich steig gleich ein Level auf. Dann sind wir Level 61. So. Satana. Vielleicht interessiert dich, wo sich zwei deiner Wrecking-Kupfer-Jäger befinden. Piledriver und der Wrecker höchstpersönlich. Warum sagst du uns noch endlich hinter, was sie her sind? Ich sag dir doch, sie sind hinter mir her. Du weißt genau, was ich meine. Und du weißt, dass ich Halb-Dämonin bin. Wir sind Experten der selektiven Wahrheit. Das ist ja super. So. Blackhead ist fertig. Und wir kriegen ein Kunai-Sperrfeuer. Zack, zack. Wen wollt ihr denn da haben? Scarlet Witch. Nee, der hab ich nicht. Die hab ich nicht. So. Der. Oh. 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 Kommt er hier schon mal rein. Er kommt rein. Und du auf keinen Fall. Du auch nicht. Ich glaub, wir suchen uns mal mit Blackhead. Oh mein Gott. Das wird jetzt echt nicht einfach. So. Agent Schmidt. Baller mal irgendwo hin. Okay. Erstmal machen wir hier den Dämonen weg. Der riecht mich am meisten auf. So. Berserker. Wut. Komm hier. Hau rein. Genau. Oh ja. Wunderbar. So. Die ist schon mal weg. Blackhead. Gegenschlag. Oh oh. Ausgewiesen. Wunderbar. Blackhead. Du bist. Du machst mich stolz. Komm schon, Bursche. Na dann hau aber auch zurück. Oh. Alter Falter. Überringen brennt. Er blutet fünfmal. Wollte ich schon sagen. Alter, lass ihn in Ruhe. So. Jetzt wird Blackhead sauer. Ich muss langsam zusehen, dass ich Wolverine geheilt kriege. Weil der kriegt ja alles ab. Dann mache ich doch mit Blackhead am besten. Hauptsache der kriegt schon mal Schaden. Ne, komm. Heilung. Wir haben ja hier gut aufgeräumt. Das Shavama ist auch gut. Das ist ja nämlich gut im Futter. Macht nämlich alles gut. So. Zack, zack, zack. Das müsste für dich eigentlich reichen. Jawohl. So, jetzt können wir uns um Praefectus kümmern. Oh, oh. Die sehen mir nicht wohlgesonnen. Außer jetzt stecke ich wieder im Nachteil. Ich wollte eigentlich Level aufsteigen. Alter, habe ich beschlossen. Schrecklicher Befehl. Ja. Bei dem Messer kriege ich auch ein schreckliches Befehl. Einen schrecklichen Befehl. Ich werde der verdammten Aua. Jetzt lass Wolverine in Ruhe. Ey, du hörst nicht. Menschenskinder, ey. Wir müssen schon mal auf den anderen gehen. Dann kann ich dich hier mit nämlich schon mal wegpusten. So, der ist schon mal weg. Schrecklicher Befehl. Er ist brutal. Wir aber auch. Bitte schön. So. Nochmal. So. Gewonnen. Puh. Gott sei Dank steigen wir ein Level auf. Level 61. Ein Gold. 20 zu Gesundheit und 21 zu Ausdauer. 5 zu Angriff. Damit war der Wuhu. Ja. 125 Erfahrungspunkte für jeden. Also eine Menge jetzt. Ey, Alter. Jetzt sehe ich hier gar nichts mehr. Wer bist du denn? Phantom Exit? Ich habe mich. Ah, hier. Du bist fertig. Angel, komm her. Was hast du da Feines? Was hast du für mich? Ein Zepp. So. Da kommt Iron Fist. Ja, du kannst da rein. Es gibt mystische Wahrheiten, die den Schwächen der dunklen Kräfte beleuchten. Vielleicht kann ich einen Weg finden, Blackheart gefangen zu nehmen. Die Hoffnung stirbt zuletzt, Danny. Viel Glück. Okay. Was haben wir hier hinten noch? Da ist das. Da ist das.